Willkommen zur Tumorsprechstunde. Heute spreche ich mit Professor Christoph Renner über die chronisch-lymphatische Leukämie, kurz auch CLL genannt. Christoph, was versteht man unter einer chronisch-lymphatischen Leukämie? Genau, es ist ein sehr alter Begriff, weil man hat früher gar nicht erkennen können, welche Zellen im Blut vermehrt sind. Aber es ist eine Vermehrung von sogenannten weissen Blutzellen, deswegen heisst es Leukämie. Chronisch deutet schon an, dass es im Gegensatz zur akuten Leukämie sich eher langsam entwickelt, über Jahre zum Teil sich entwickeln kann und auch die Patienten damit leben können. Und lymphatisch, das ist der Subtyp an diesen sogenannten weißen Blutzellen und deswegen zusammengefasst chronische lymphatische Leukämie. Es ist eine Erkrankung des Blutsystems, des Lymphsystems und es ist eine typische Alterserkrankung. Also die meisten Patienten sind 65, 70 Jahre, häufig eine Zufallsdiagnose. Man geht zum Hausarzt, er macht ein sogenanntes Blutbild und sagt, hoppla, ihre weißen Blutzellen sind erhöht. Und wenn man dann schaut, welche es sind und dann sind es häufig diese sogenannten Lymphozyten, dann nähert man sich sehr stark dieser chronisch-lymphatischen Leukämie an. Um es genau zu machen, muss man Spezialuntersuchungen durchführen. Man führt auch heutzutage häufig genetische Analysen durch, weil die einem dann helfen, später die Medikamente auszuwählen. Und die Therapie unterscheidet sich sehr stark vom Alter, aber auch vom Stadium der Erkrankung. Du hast gesagt, es ist häufig eine Zufallsdiagnose. Da macht eine chronisch-lymphatische Leukämie also meistens keine Symptome. Muss nicht, kann aber, wenn es Symptome macht, auch hier häufig Müdigkeit, Schwäche, Fieber, Nachtschweiss oder auch Patienten haben zufälligerweise Lymphknotenschwellungen. Wir haben ja alle mal Infekte, dann schwillen die Lymphknoten an, sie schwillen wieder ab. Aber bei den Patienten kommt es halt auch ohne Infekt zu einer Lymphknotenschwellung, die nicht verschwindet. Und das sind häufig so erste Symptome, die dann zur weiteren Abklärung führen. Wenn jetzt eine CLL diagnostiziert wurde, müssen alle Patienten mit einer chronisch-lymphatischen Leukämie behandelt werden? Nein, also weil es diesen chronischen Verlauf hat, ohne häufig auch Symptome, und wir bisher davon ausgehen, dass wir sie nicht in letzter Konsequenz heilen können, das mag sich ändern, noch ist es aber so, ist es bei Patienten, die keine Beschwerden haben, nicht zwangsläufig üblich, sie zu behandeln. Man kann beobachten, am Anfang ist es ein Schock für die Patienten, sie hören Leukämie, das hat immer was Bedrohliches, man muss es also gut mit den Patienten besprechen. Und in der Regel kontrolliert man bei diesen Patienten alle drei bis sechs Monate den klinischen Zustand und das Blut. Ich erlebe häufig im Alltag, dass es verschiedene Therapieoptionen gibt. Die einen Patienten bekommen Tabletten, die anderen Infusionen. Wovon hängt es ab, welche Therapiestrategie, die man wählt? Da ist ein großer Wandel zur Zeit. Also früher hatten wir Infusionen, klassische Chemotherapien, manche auch in Tablettenformen, das waren so die erste Generation. Und dann kam die Immuntherapie hin zu sogenannte monoklonale Antikörper, und das sind Infusionen. Und dann, mit dem besseren Verständnis, ich hatte vorhin gesagt, Genetik spielt eine Rolle, also wenn wir wissen, was falsch läuft in den Zellen, dann gibt es heutzutage vereinzelt insbesondere Tabletten, die gezielt bei diesen genetischen Störungen angreifen können. Und deswegen haben wir nun die Mischung aus allem, alte Medikamente, häufig Chemotherapien in Infusionen, die neueren, die monoklonalen Antikörper als Immuntherapie, als Infusionen, und ganz neu die Tabletten, die ganz gezielt angreifen können. Und die Entwicklung geht eigentlich zunehmend zu dieser reinen Tablettentherapie, aber auch die Immuntherapie, die Antikörper hat nochmal eine große Bedeutung erlangt jetzt, weil es da gute Fortschritte gegeben hat. Also in Summe wahrscheinlich weniger Chemotherapie in Zukunft, mehr Immuntherapie, das noch als Infusion, aber auch viel mehr Tabletten. Ist auch die Verträglichkeit besser? Ja, da muss man immer vorsichtig sein. Man nennt bei den Tabletten, spricht man immer von Chemotherapie frei. Das suggeriert immer ohne Nebenwirkungen. Sie sind besser verträglich, aber ganz ohne Nebenwirkungen kommen die auch nicht aus. Also Hautausschlag, Durchfall, Müdigkeit, Schwäche, Übelkeit, das können auch Tabletten verursachen. Und dann haben manche Tabletten noch ganz spezielle Nebenwirkungen. Manche können die Blutgerinnung beeinflussen. Manche können eine Art Lungenentzündung machen. Da muss man spezifisch schauen. Also ja, Verträglichkeit in der Regel gut, insbesondere verglichen zur Chemotherapie früher. Aber ganz ohne Nebenwirkungen geht es auch da nicht. Wenn wir jetzt in die nähere Zukunft blicken, was gibt es für neue Medikamente in diesem Bereich? Diese Tablettentherapien sind sicherlich, da kommt noch einiges mehr. Je besser man versteht, was in der Zelle fehlläuft, desto gezielter kann man insbesondere diese Tablettentherapie entwickeln. Und die Erfolge sind beeindruckend. Da kommt einiges. Aber auch die Immuntherapie wird sich weiterentwickeln. Wir verstehen zunehmend, dass das Immunsystem eine wichtige Rolle in der Tumortherapie spielt. Und da sind auch neuere Entwicklungen. Wir haben Antikörper, die können das Immunsystem anschalten. Bedeutet unser eigenes Immunsystem so stimulieren, dass es also auch die Krankheit kontrollieren kann. Da gibt es neue Substanzen, das wird kommen und vielleicht so noch in längere Zukunft geguckt, vier, fünf Jahre. Es gibt eine neue Technologie. Man nimmt die Abwehrzellen eines Patienten, programmiert sie um, sodass sie gezielt die kranken Zellen erkennen und gibt sie zurück. Und das Tolle bei dieser Technologie scheint zu sein, dass die zurückgegebenen Abwehrzellen wie beim Impfen eine Gedächtnisfunktion erlangen, dass sie also für hoffentlich immer da sind und damit eine langfristige Krankheitskontrolle erreichen. Damit wäre vielleicht sogar dann auch einmal eine Heilung der Erkrankung möglich. Muss man noch zurückhaltend sein, das ist Zukunft. Aber ich denke, in vier, fünf Jahren wissen wir, ob die Zukunft Realität wird. Ich denke, wir haben sehr viel Spannendes in kurzer Zeit über die chronisch-lymphatische Leukämie gehört. Vielen Dank, Christoph, für dieses Gespräch. Gerne.